Kommen wir jetzt zu dem Mann, der als erster Ministerpräsident die Ausgangsbeschränkung oder nennen wir es in gutem Deutsch Kontaktsperre verkündete, der in dieser Krise als einer der Macher auftritt, der nicht lange fackelt. Guten Abend nach München, Herr Ministerpräsident Söder. Hallo, grüß Gott. Herr Söder, Deutschland verharrt in der Starre eines sogenannten Shutdowns als Maus vor der Schlange, deren Biss man entgehen möchte. So hat es eine Wochenzeitung jüngst bildhaft beschrieben. Christian Lindner von der FDP fordert unter anderem, sich jetzt Gedanken zu machen, wann die Tore quasi wieder geöffnet werden können. Was sagen Sie diesen Leuten? Gegenfrage an Herrn Lindner. Wann kommt das Erdmännchen aus seinem Bau? Ja, wenn das Leopardenrudel fort ist. Und das war das Erdmännchen auch nicht. Naja, Maus und Schlange war nur ein Bild, Herr Söder. Es geht um den Exit aus dem Lockdown. Ja, Vergleiche aus dem Tierreich sind immer ein bisschen schwierig. Wir können jetzt die Ausgangsbeschränkungen nicht aufheben, wenn die Zahlen nicht spürbar besser werden. Aber wenn der Lock-Off, Entschuldigung, der Lockdown noch lange weitergeht, rechnen die Wirtschaftsweisen mit unabsehbaren Folgen für das Wirtschaftswachstum und warnen vor den psychischen Folgen durch die Bevölkerung durch diesen Sunblock. Natürlich ist bei schönem Wetter der Lock-In schwerer zu ertragen als bei schlechten Wetter. Aber da müssen wir durchhalten jetzt. Also die drei Marketing-Base, abwarten, Zahlen beobachten und dann reagieren. Aber Länder wie Schweden oder Südkorea zeigen doch, dass es auch ohne Lock-Out gehen kann. Ja, aber wir haben klar gesagt, wir sperren Bayern nicht ein, sondern wir fahren Bayern herunter. Also von totalem Blockdown kann doch keine Rede sein. Was wäre denn Ihre Vorstellung von einem geordneten Hochfahren des Landes? Enter und Control oder Alt plus Control für die Alten, also die 80-Jährigen? Naja, also nicht so wie in China. Die haben ja den Shutdown und Shut-Up ausgerufen, also einen Leute einsperren und Maul halten. Aber die Chinesen prahlen ja jetzt damit, dass ihr System quasi unserem Überlegen ist, weil nur bei Ihnen die Bevölkerung zu einem bedingungslosen Close-Off bereit ist und das auch entsprechend überwacht werden kann. Ja, aber die laufen doch noch alle mit Masken rum. Herr Söder, der US-Flugzeughersteller Lockheed teilte gestern mit, dass in der Luftfahrtindustrie durch den schließlich verordneten Breakdown von Präsident Trump der Exit der Luftfahrtindustrie nicht mehr zu verhindern ist. Das wäre vergleichbar bei uns mit der Lokomotive der Wirtschaft, also der Autoindustrie. Ist quasi der Showdown ein Shutdown der Schlüsselindustrien? Ja, was willst du nicht? Also meine Sie quasi den Knock-Out der deutschen Wirtschaft durch den Lockdown? Genau das meinte ich, Herr Söder. Andere Frage. Frau Merkel sagt, Ostern wird wie nie zuvor. Das mag den ein oder anderen Atheisten freuen. Der Close-Up klingt aber nicht verlockend für ihr katholisches Klientel. Die Kirchen sind leer, niemand frohlockt zu den Osterklängen am Karfreitag oder Ostersonntag in Bayern. Naja, aber das ist immer noch besser als im Kalten Krieg im Ostlock. Da hat man eh einmal seine Meinung sagen dürfen. Die Grünen-Vorsitzende, Annalena Berlock, hat darauf hingewiesen, dass durch den Lock-Out das Umweltthema nicht genügend Beachtung findet. Naja, in Bayern sind ja die Bienen noch nicht betroffen. Also ich habe auf jeden Fall noch Kabine mit Coronavirus rumfliegen sehen. Herr Söder, darf ich Ihnen eine letzte provokante Frage stellen? Kommt drauf an. Sind Sie der nächste Kanzlerkandidat der Union? Möchten Sie nach Berlin? Die Frage, die stellt sich derzeit nicht. Es fährt auch kein Zug nach Berlin. Herr Söder, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte schön.